Ich bin jetzt vorne am Baum mit Mike. Ich kann nix sehen. Ich weiss nicht wo du bist. Ich bin hier an irgendein Baum. Wir müssen es schon in den Ofen graben deswegen. Wir müssen uns schnell in den Ofen graben. Ich weiß nicht. Aber ja. Idiot. Oh oh. Woher muss ich? Nein! Ich habe jemanden hier. Scheiße! Scheiße du musst fackel. Oh Gott. Fackel. Alter! Scheiße! Hau ab, hau ab! Hallo Netz, willkommen zu Outlast. Und wie ihr sehen könnt, enthält Outlast schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen ihr viel Spaß. Ok, können wir direkt zu den sexuellen Inhalten springen? Ja, gerne. Ok, ich hörs schon wieder. Ah! Ganz ruhig! Michael! Das hat mich wieder voll erwischt. Was hat dich erwischt? Der Zombie. Deine Kugeln, die du da abfeuerst. Der hat mich mindestens 20 Schuss gekostet. Ey, du bist doch bescheuert im Kopf. Jetzt willkommen bei Rust! Ey! Ey! Ich dachte, wir machen Frieden! Ey! Vielleicht auch da wieder Angst draus. Ich dachte, Frieden! Ja! Oh Mann! Ah, du! Kein Merkst! Malte, kein Merkst! Malte, kein Merkst! Warte, ich hab sowieso nichts, hat er wohl die Sachen. Ja, sag mal, du mein verdammtes Zeug ein, Mann. Alter, ich treffe nicht einmal. Okay, sterb und sterb! Ich hab mich besiegt. Ja, dann sag mal, es soll keiner sterben. Ja, ich denke, der hätte bestimmt nicht laufen. Ich auch nicht. Ist schlecht hier. Wenn ich jetzt stehe, funktioniert das auf jeden Fall. Also, ich gucke einfach nur runter und dann steht da Drink Water. Ich seh nichts. Er kommt zurück. Er reitet sich, wie geil ist das denn? Er fliegt, er fliegt. Ich hab's aufgenommen. Ich bin hier nicht wieder. Oh, wie geil. Der flog wie in die. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist ein schöner Tag hier. Schau mal, ist es das, wo wir hin müssen? Oder? Okay, sie ist da, sie ist da. Also, ich weiß. Wie kriegen wir die weg? Gar nicht. Das ist sicherer für mich. Es ist sicherer für mich. Es ist völlig safe. Ja, ja. Es ist immer noch bewölkt hier. Furchtbar. Es regnet nicht. Was wollt ihr denn? Gar nichts. Ich wollte nur Hallo sagen. Auf frohe Nachbarschaft. Oh, ja. Willst du uns nicht reinlassen auf einen Kaffee oder so? Ja, klar. Und die beiden im Bogen. Egal. Scheiße, der hat mich fast erwischt. Der hat mich fertig mit dem Doppelbogen gemacht. Ja, ich hab einen erwischt. Einer hab ich. Ich hab einen erwischt. Ja, den haben wir auch noch, Christian. Schnell. Der hat mich schon mit dem Doppelbogen. Die haben beide Bögen auf mich getroffen. Psychiatricks. Was ist denn? Und Mod Massive tätig. Da habe ich hier gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Auch hier. Leseschwechel. Ja, ich höre sie schlaufen. Meint der schlaufen? Jetzt willkommen zurück zur nächsten Folge. Von Raps. Äh, 7 Days. Ja. Bist du bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit, wenn du bereit bist. Ich hab nirgendwie gedacht. Ich weiß gar nicht. Ich auch nicht. Sag Bescheid, okay? Da rennt Anna, da rennt Anna. Wo? Ich weiß es nicht. Es ist ein Zombie. Ja, versuch's erstmal mit einem Schuss. Da kommt auch ein Zombie. Ja, du lockst ihn mit deinen Geräuschen an hier. Ach scheiße. Leertaste. Soll ich schießen? Ich hab den schon. Ich hab den schon. Ich hab den schon gesehen. Ich hab den schon gesehen. Ich hab den schon gesehen. Äh, das wird bald der Typ da fangen. Aus dem Fenster. scheiße okay wo sollen wir hin schulen in den dosen da kommt noch einer du hast mich voll getroffen junge du hast genau auf mich geschossen ja ja das gemerkt das ganze video sehen nachher ich habe nicht einen einzelnen schuss auf mich abgefeuert hast du den haben erwischt wer ist der mit der grünen hose das ist er ja 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 da hinten müssen noch mehr was hat der weile ich denke mir den arsch eine pistole essen dahinten legen noch besser soll ich noch mal dahinten gehen aber denkt mir vor den achten dass ich als nutzer betroffen habe ja nein ich kriege nicht lauf mike lauf ich kriege nicht er ist zu schnell der ganze weg um sonst okay was soll das denn sie sind unterwegs gehen also aber richtig gut gemacht Ich hab jetzt schon eine Schaufe gebaut, ich kann uns den Standart herunter bauen, jetzt etwas. Was? Ich hab dir wieder mal eine Züge geholfen. Ich hab 20 Stunden zurück, meine Ahnung, ich bin weh. Das ist klar. Sehr klar. Wir können uns wieder raiden. Wir haben uns hier einen neuen Riesen-Turm abgebaut. Und jetzt sind sie überall. Sie sind jetzt schwarz. Da hinten ist auch noch einer, fuck. Es ist echt alles voll hier. Aber einer rennt. Er rennt auf dich. Erledig ihn. Wie die springen, das sieht einfach ein Kerl aus. Du hast den anderen auch noch angelockt, super. Wer schlägt zuerst, weil sonst schlagen wir uns wieder gegenseitig. Ich mach das, ich mach das. Ich renge immer in Richtung Ausgang. Drei. Hä? Ja, komm raus. Drei. Vorsicht. Vorsicht. Ich seh nichts mehr. Zwei hab ich erwischt. Zwei hab ich erwischt. Ich hab den Bike erledigt. Echt? Tut es mich schon. Ja. Wie geil ist das denn? Pass auf damit. Nee, ich koch nicht. Ja toll. Hier kommen die rein. Boah! 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 Oh, ich hab den Bike. Krass, wo sind die ja durchgekommen? Das ist das. Scheiße, ich hab's geschafft. Star on Colt hat's nicht geschafft. Ja, dann stehst du nachher wieder auf. Super. Du bist nur bewusstlos. Hoff ich. Aber in der Zeit? Schauen wir mal, was du ein Nettes bei dir hast. Ja klar. Wie kommst du mich dann treffen? Der stand hinter der Tür und alle Zombies sind mir hingegangen. Du bist reingeglitscht und voll in meine Axt rein. Echt? Oh Mann. Ich weiß nicht, die sind alle irre hier. Ich muss ja auf einen Nervenhaler anschreiten. Dann bauen wir die Reign. Scheiße, wir sind halt da dran. Nein, dann kommst du nicht drauf. Fass, weißt du, ist Kopf gefallen. Scheiße, nein. Das Haus nimmt ein. Scheiße. Alles reist ab. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich seh, wie alles zerstört. Alles geht kaputt. Nein. Aber ich hänge noch an einem Leitfaden. Ganz langsam. Seh, wie ihr es damals identiert habt. 45. Ja. 45. Jetzt ruhig. Ja. Ja. Also im Haus kann ich keinen sehen. Ja, normales Zoo. Was ist er? Habi. Nein, du hast mich. Ja. War bei mich Christian. Stone Cold killed you. In your party. Ja. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Liegen bei mir auf der 50. Ja. 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 Und jetzt ist auf einmal alles explodiert. Ja. Ja. Was war das? Ja, Zmaa. Es hat mich bald mitgebracht. Ja. Ich auch. Ich hab's nicht so viele. Die krieg ich hin. Ich seh nur wie jeder in eine andere Richtung rennt. Da ist der Schlaghin. Hilf mir doch mal. Die Biene ist hier, sie kreist um das Haus rum. Für die hab ich schon 140 Schuss. Scheiße! Ich werbe Mike. Michael, ich werd angeschossen. Aber die rotzen hier ordentlich was raus. Ich bin tot. Ich noch nicht. Das Tagebuch geht weiter hier. Tagebuch der Lust. Ich hab gesagt, ich werd los. Das ist dein Tagebuch. Hinter dir, hinter dir. Ganz ruhig, ich erledige das. Schieß doch nicht immer aufs Bild um dich. Ja. Du lobst die mit deiner Schießerei hier einfach nur an. Das verkleidert die alle Korn. Da ist er. Er hat dich. Warte, ich werd einfach draufrotzen. Ich hab ihn da. Du bist doch bescheuert. Michael, Michael, still. Okay, jetzt schieß. Ja, ich hab ihn. Mann, ey. Ich hör schon wieder den nächsten. Jetzt hör es auf. Ich hör schon wieder einen Zombie. Oh, furchtbar mit mir. Keine Saug, ich erledige. Nein, hinter dir. Jetzt hast du aber geschossen. Oh, 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 jetzt hör ich aber ein. Wo ist er? Oh, fuck, ey. Hat er dich? Ich hör jetzt auf einmal Tausende. Oh ja, sie kommen aus der Feuerwehr. Oh, scheiße. Oh, das war nicht so. Ja, sie kommen von hinten auch noch. Ach, scheiße. Okay, die Ranz-Munitionsverschwendung nochmal. Ja, eben. So viel haben wir nicht davor. Neue Munition müssen wir finden. Da kommt schon der nächste. Der kommt schon aus den anderen Städten. Ja, Nachbarstädten, ja. Verstärkung. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist nix, ne? Nein.